Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Ultimate General Civil War, Schlacht am Shikamauga, 18. September 1863. Die Cumberland-Armee unter Major General William Rosecrans hat durch eine Serie brillant durchgeführter Manöver sämtliche konföderierten Streitkräfte aus dem mittleren Tennessee verdrängt. Anfang September 1863 hat Rosecrans seine Offensive wieder aufgenommen und die Stadt Chattanooga ohne nennenswerte Gegenwehr besetzt. Sie haben Befehl, zwei Korps zu entsenden, um Rosecrans Vormarsch aufzuhalten. Während Rosecrans nach Süden marschiert, bringt sich seine Armee in Position, um ihn anzugreifen, solange sie Streitkräfte getrennt vorrücken. Ach, jetzt habe ich komplett falsch gelesen. Ist egal. Rosecrans scheint unsere Pläne zu kennen und zieht seine Armee zusammen, um sich geschlossen über die Lafayette Road nach Chattanooga zurückzuziehen. So, wie euch fällt es bestimmt gleich auf, wir haben zwei Korps. So, das heißt, ich hatte, ich habe das erste Mal jetzt Einheiten im ersten Korps. Ihr Heinrich, das sind ja modrige Verstärkungen. Bei Heinrich habe ich jetzt, ich habe jetzt aus der dritten oder vierten Korps, ich glaube vierte sogar waren es, drei Gruppen aufgelöst. So hatte ich dann nochmal 4.500 Mann gekriegt und habe die noch bei Heinrich mit reingetan. Da sind jetzt Einheiten dabei, die Mannstärke maximal haben 2.500. Mal gucken, ob das sinnvoll war, weil ich habe mir gedacht, wir haben nur zwei Brigaden, das heißt, wir haben weniger Leute. Mal gucken, was der Gegner aufs Feld bringt, aber ich denke mal mehr als wir. Und ja, starten wir dann mal das Ganze. Start. Rosecrans Streitkräfte marschieren getrennt nach Süden. Er sieht unseren Angriff kommen und hat begonnen, seine Armee zusammenzuziehen. Seine Truppen bewegen sich jetzt über diese Straße. Ja, scheint ja klein zu sein. Und diesen Weg. Ja, viele Bäume. Ja. Und die Straße, die zu Lee Gordons Mill führt. Ach, mein alter Schulweg. Mensch, kennt man doch. Kennt doch jeder. So, hier wird sich vermutlich das Cross seiner Armee treffen und dann nach Chattanooga in Norden zu marschieren. Ja, wieder wie viele Wege, viele Bäume. Ach, das gefällt mir jetzt schon nicht. Aber mir gefallen die großen Schlachten ja eh nie. Die Lafayette Road muss gesichert werden, um ihnen den Rückzug abzuschneiden. Ja, was nicht alles gesichert werden muss. Und zwar bis zu diesem Bereich bei Old MacDonald has a farm. Hiya, 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 ho. Da, 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 oh. Unsere Armee kommt aus drei Hauptrichtungen und wird den Chica Mauka bald via Streets Bridge. Alexander's Bridge. Bridge. Und noch eine Bridge? Ne. So wie Dortons and, äh, Therifords fort überqueren. Wir müssen vorrücken und uns auf einen sofortigen Angriff auf die Lafayette Road fort vorbereiten. Okay. Und nun? So. Minz Kavallerie verzögert derzeit unseren Vormarsch auf Weeds Bridge. Unsere Brigaden treiben sie jedoch stetig zurück. Bald werden wir den Fluss überqueren können. Ah, das ist eine Kackstelle. Alexander Bridge wird durch Wilders Lightning Brigade bewacht, die komplett mit Spencer-Gewehren, was immer Spencer-Gewehre sind, ausgerüstet ist. Der Einsatz von Elite-Truppen zur Verteidigung der Brücken lässt vermuten, dass Rosecrans unsere Absicht kennt und uns eine Falle stellen will. Ach, ich liebe Fallen. So. Äh, da haben wir schon 2500. Alles mal schnell vorantreiben. Kanonen nach vorne. Ja, lassen wir auch so. Kanonen brauchen wir. Ähm, Verteidigung. Ähm. Oh, hier ein Haus haben wir schön. Man kann hier zwar überschwemmen manchmal, aber vielleicht soll man eine Brücke da bauen. So ein Häuschen. Keine Nachbarn. Toll. Hauptsache, ich habe Internet. So. Äh, was soll ich sagen? Ähm. Also hier werden bestimmt fünf Einheiten hängen. Eins, zwei, drei, vier. Kanone fünf. Das heißt, wir müssen die Kanonen hier haben. Infanterie hier und hier. Und dann versuchen, die seitlich wegzukriegen. Oder... Mö. Müssen wir so versuchen. Start zu battle. Lass mal hier hin. Kanönchen mit Hönchen. Hoffentlich ist, äh, kein Feind da. Heinrich, reite mal vor. Walte deines Amtes und, äh, gucke. Komm mal Luki, Luki da. Nahkampf, Nahkampf. Okay. Die beiden Schützen... Ach so, absolut... Ich habe was vergessen. Lauft, ihr Schweine. Lauft. Ähm, die Schützen würde ich hier an den Rand stellen. Die Nahkämpfer versuchen, wenn vielleicht die ersten zwei... Leute hier weggebrochen sind. Dass wir die über die Brücke schicken. Weil, wenn wir die so schicken und hier sind drei, vier Einheiten, dann werden die zerschossen und flankiert und laufen. Ich weiß bloß nicht, wie ich jetzt von hier... da hoch soll. Alter, die Kanonen, ey. Komm, könnt ihr Gas geben? Abprotzen ist jetzt was anderes, ne? Ja, scheiße. Nein! Aufprotzen! Wie gesagt, mit Ferset zwar nicht schneller, aber... Oh, ich würde nur mal gucken, ob ich die vielleicht schneller machen kann. Aber, ne, kann ich nicht. So, äh, Siegfried, gehen wir gleich hier hin. Ich will nicht zu nah da lang gehen. Na ja, sehen Sie das. So, euch lasse ich mal trotzdem Tempo an, weil ihr müsst hier so rüber. Kommen wir noch hier irgendwo anders rüber? Nein, dann bleib da, wo du bist. Heinrich geht hier mal hin. Also, ohne Kanonenunterstützung greife ich da nicht an. Das könnt ihr knicken. Na ja, dann bricht halt die Zeit weg. Dann haben wir halt die Mission verkackt, oder was? Das ist doch doof, ey. Ich kann doch nicht hier... Vor allem 1.400, ne? Das ist schon mal nicht wenig. Nur Lane. Unbedingt hier hin. Jetzt weiß ich gar nicht, wer hat denn die längste Reichweite von euch? Ja. Nämlich, ich hab hier gar keine Reichweite. Hallöhnchen! Vielleicht, wenn wir sie in dieser Ebene haben, reicht das vielleicht schon. Die 72. Die 17. Indiana Infanterie, oder was? Das heißt, die müssen aus der Deckung raus. Das ist natürlich doof. Kommen wir hier weiter lang. Vielleicht kriegen wir sie beide hier in das Wäldchen rein. Der hat 70. So, dann kannst du mal nach da hingehen. Kannst du auch schon mal hingehen. Und die Zeit geht mir jetzt schon flirten. Äh, Camper, genau. Nicht so weit rausgehen. Mal kurz vorspulen. Ah, diese Kanonen, ey. Komm, ich lass die eine mal abrotzen. Man soll die eine schon mal anfangen zu schießen. Und wenn die andere in Position ist, können wir die andere nachschießen. Wir haben nicht so viel Zeit, ey. Wenn wir mal beide Punkte jetzt einnehmen müssen. In dieser Zeit, bis ich da oben bin, ist Weihnachten. Hier, Feuer. Prüft was für dein Geld. Das ist überhaupt eure Reichweite. Ah, ihr müsst näher ran eigentlich, ne? Wie man auch immer bescheiden die Reichweite, aber naja. Feuer ist da gar nicht. Alter. 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 MortalStct release. Alter. 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 Äh. Feuer ist da, Mama. Alter. Kommt nicht ran. Ja, Freund. Seh ich jetzt schon. Ich will den auch nicht in den Tod schicken, indem ich den hier vorne ohne Deckung hängt, stelle. Oh! Wir kriegen Einheiten. Fantastisch. Wir laufen gleich in den Wald rein. Bei du wirst, ist mir egal. Laufen in den Wald rein. Alter, die verlieren Leute. Das ist unglaublich. Da kannst du feuern. Wir sind mal näher ran. Wie sieht es hier aus? Gleich in den Wald rein, Jungs. Das macht ihr gut. Ja, los. Scheiß auf die Skirmisher da. Drehen. Laufen ausschalten. Laufen ausschalten. Spaß haben. Töten. Nee, schieß mal da rauf. Dann können wir es vielleicht noch schaffen. Halt! Feuer! Kann nur näher ran. Jetzt reicht es mir. So, dass ihr im Waffenreichweite seid. Nee, wird nix. Komm da nicht ran, ne? Okay. Halt! Und Feuer! 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 Sie haben weitere Kurt entdeckt. Warte mal, warte mal. Was ist los? Ah, unten kommen Truppen. Unten kommen Truppen. Hier, kannst du... Komm mal, ihr könnt doch hier hingehen. Du kannst da hingehen. Ne? Und dann ein bisschen Laufschritt. Mit euch muss ich mal gucken, was ich mache. Vielleicht einfach von der... Äh, hier hin. Komm, machen wir auch. Laufschritt hier hin. Zack, zack. Weiter. Wir müssen doch sterben da, verdammt. Ne, das wird nix. Rückzug. 100 Mann sind tot. Links und rechts ist auch schon scheiße. Wir brauchen... Wir warten auf die hier. Kanone kommt auch da hin. Werner du bist. Kanone! Laufschritt! Genau. Geh da hin, geh da hin. Ne, soweit nicht zurück. Ist aber egal. Wir müssen die von hinten angreifen. Auch mal was wird hier gemacht. Was wird hier gemacht. Oh, die sind motiviert da. Oh, die sind motiviert da. Gut, dann gehen wir in den Wald rein. Brauchen wir dich, los! Scheiße auf die, komm weiter. Du kannst schon mal hier hingehen. Ich schicke euch gleich rüber. Los, 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 los. Wir müssen doch gleich laufen, verdammt. Was die da auch nicht verrecken wollen. Das geht mir auch im Sack. Wunderbar. Jetzt hierher. Hierher. Kanonen, die Mitte. Wunderbar. 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 Los, holt sie euch. Holt sie euch, die Schweine. Holt sie euch. Ah, da sind sie nämlich wieder. Scheiße. Geh mal hin. Ah, die laufen aber da auch weiter zurück. Schützen hinterher. Laufen. Laufen. Kanonen. Geh hinterher. Los. Munitionwagen rüber. Heinrich rüber. Halten und Feuer. Feuer. Halt. Feuer. Ah, komm in den Wald rein. Da ist... Okay. Jetzt habe ich oben nicht mal aufgepasst. Sichern sie sämtliche Flussübergänge. Okay. Darf ich jetzt einfach mal? Oh. Jetzt ist es auch schon wieder super verteidigt. Das sehe ich auch jetzt schon. So, die Flussübergänge einnehmen. Aber nicht mit den Truppen. So. Ab in den Wald. Ab in den Wald. Ab in den Wald. Ab in den Wald. Gehst mal weiter in den Wald. Kanonen hinterher. Ich will da in den Wald rein. Verdammte Scheiße. Alter, das hier alles steht, ne? Halt. Alter, die sind ja alles Nahkämpfer. Scheiße, zurück. Hey, hey, komm mal wieder hierher. So, Pause. Jetzt wird es mir gerade so unübersichtlich. So, was haben wir hier? Kavallerie und, ja, das bringt mir alles einen Scheiß. Das Einzige, was wir machen können, vielleicht von der Seite. Kanonen. Dahin. Erstmal hier weiter hinten hin. Und davor schickt man die Kavallerie. Dass wir vielleicht von da rankommen. Hier ein bisschen beschützt. Ja, mal gucken, ne? Die nerven gerade in der Mitte. Die haben es hier ruhig. Ist auch gut so. Weiter. Na los, die müssen laufen, damit sie das scheiß Wald raus haben. So, Kanone bitte weiter. So, und jetzt hier schön in den Wald rein. Dann können wir sie nämlich hier alle schön hochnehmen. Ist das nicht fantastisch? Ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. So, jetzt kommt die Verstärkung hier aber leider nicht an Land. Ich würde sagen, wir gehen da rüber. Die Kanonen trotzen da auch hin. Schön, die sind nicht in Deckung. Alt. Alt. Ihr habt Deckung, meine Freunde. Bleibt da mal schön, wo ihr seid. So. Du. Du, Beatty. Geht auch noch. Du kannst hier mal rumlaufen. Du holst hier die anderen da. Die gehen jetzt auf den Sack. Treiben wir jetzt hier so rum. Du kannst noch ein bisschen laufen. Du kannst ein bisschen laufen. Oh, da treiben wir sich schön weg. Na, da warte ich nochmal. Hier. Na, kam. Dann kommt mal weiter hier. Boah, jetzt ist das schön. Kanonen weiter nach vorne. Die laufen. Fantastisch. Oh nein. Klau mein Supply. Der mein Supply. Fuck. Die haben mir den Supply geklaut. Hinterher. Die haben mir den Supply geklaut. Das gibt's doch nicht. Das ist mir noch nie passiert. Oder? Nahkampf. Komm. 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 Das hab ich noch nie gehabt. Oh Scheiße. Ich muss die Kavallerie. Die brauche ich jetzt. Oh, oh, oh. Das ist auch ganz schlecht. Komm mal wieder hierher. Ihr holt da mal bitte. Nicht, dass die Kanone drauf geht. Jetzt hat er mir echt ein Ei gelegt. Oh. Ist das nicht besetzt? Oh, doch. Haben die Deckung? 42. Vielleicht reicht das ja. Mein Supply. Verdammt, ey. Haben wir den verfickten Supply geklaut. Unsere letzten Verstärkungen des Tages sind angetroffen, General. Ja, hier mit dem Wald bin ich zufrieden. Das ist ganz gut. Ah, hier unten. Los, Männer. Komm mal hier mit her. Oh, lauft. Los, Kavallerie. Bewegt euch. Ey, ich brauch mal ne Munition. Jetzt hab ich echt ein Problem in die Schlacht rüber. Da holt euch diesen Scheißwagen. So. Zurückfallen. Schießen. Mois, los! Ah, nur ein paar Tote. Ich brauche meinen Supply, ey. Hol mir meinen Supply. Der Rest ist mir sowas von scheißegal gerade. Gut. Ihr reitet da jetzt hin. Ja, wohl, meine Kavallerie kann ich vielleicht hier unten auch gebrauchen. Das weiß ich noch nicht. Und du, wenn es dann auch quasi... Erstmal deckst du hier ein bisschen. So, Frank hat aufgegeben. Das heißt, der gehört wieder zu uns. Feiger Frank. So, dahin. Dahin. Wir müssen jetzt hier alles einnehmen. 1,17. Jetzt oder nie. Oh, Feinde rechts. Skirmisher. Los, hol sie dir. Ist ein Nahkampf, Sweetie, ne? Kannst du da jetzt auch chargen, wenn du möchtest. Hier, gleich auf Minty drauf. Kavallerie. Komm. Hol sie dir. Das macht die Kavallerie. Komm. Kavallerie. Hol sie euch. Sweet kommt zurück. Grimes, Attacke. Ja, macht sie nieder, diese Blauröcke. Nieder mit eurem Frieden, oder was ihr wollt. Sterben sollt ihr. Sterben. So. Nein, Katze. Jetzt nicht. So, und das war's mit denen. Morris, weiter nach vorne. Sweetie. Äh, nee, Sweeney heißt der. Nicht Sweetie. Aber ich find den Sweet. So. Da oben ist immer noch eine Kanone. Nahkampf. So, gehen wir da mal ran. Kanone geht auch näher ran. Keine Munition mehr. Das geht mir gar nicht. Frank, ab in die Mitte. Jetzt kann Lane hier auch wieder rüber gehen. Äh, Grimes, komm mal mit. So, die laufen. Fantastisch. Schützen rüber. Rüber. Schützen rüber. Attacke. Grimes, komm mal gleich von der Seite hier. Haben wir hier Nahkämpfer? Nee, ne. Alles schützen. Volk, komm hierher. Kanone bitte weiterschießen. Haben wir den ganzen Tag Zeit. Die müssen laufen. Grimes. Wo bleibst du, Grimes? Nein, nein. Nicht Kanone. Feuer, 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 Feuer. Ja, ja. Grimes wollte ich haben. Hier bitte hier hin. Was sieht's hier aus? Geh da mal weiter hin. Oh, das geht mir auf den Sack der Hände, Typ. Oh, Horst. Konforiert haben wir irgendwas gesichert. Sweeney wurde verwundet. So, rüber. Kanone bitte hier ins Haus stellen. Und hier, da rüber. Die Korn haben wir nur 50%. Okay. So, 0,42 haben wir noch. Die laufen. Lauft nach Mama, ihr kleinen Schweine. Mal gucken, was da noch ist. Grimes deckt gleich auf. Grimes, Grimes, Grimes. Grimes. Kriegt Kanonenkugeln ab. Einen Mann hat er verloren. Und jetzt schön von hinten rein chargen. So, Nahkampf. Komm rüber. Los, Sweeney. Oh, haben wir einen General getötet? Auch nicht schlecht. Noch ein Stück. Äh, die Cavalry ist nach Hause gerannt? Los, alles in Nahkampf da drüben. Ich will die wieder haben. Das muss ich jetzt erreichen, Mensch. Oh, jetzt muss ich mal oben gucken. Ich habe die ganze Zeit noch Pause. Kanone bitte dahin. Und du dahin. Der, ja, sieht eigentlich ganz okay aus. Wir haben zwar, boah, hier, Butler. War der auf 2.500? Oder auf 2.000? Ich hoffe, der war auf 2.000, ey. Krass, Lane halten wir nochmal zurück. Ach wohl, Lane kann ja schon mal hier laufen. Laufen. Laufen kann man hier ausschalten bei denen. Habe ich auch schon zum Teil. Ja, kann ich ausschalten. Ausschalten. Ja, bleibt auch noch ein bisschen zurück. Gefällt mir. Ja, hier kriegen wir sie jetzt auch weg. Mit kleinen Einheiten machen wir noch Platz. Das ist doch geil, oder? Weiter vorrücken. Weiter vorrücken. Wo wir uns hier noch longen. Oh, wo ist noch? Ganz viele Leute. Zurück. Oh, sie haben aufgegeben. Fantastisch. Leider hat es jetzt meinen Kollegen erwischt. Guimes hat es ganz schön zerlegt. Und jetzt kommen wir hier schön von der Seite. Morris. Dass wir hier diesen Dreckspack auch wegkriegen. Und nach vorne. Nee, halt. Nicht laufen, halt. Nein, ich habe geklickt. Was war los? Was habe ich gemacht? Was stand da? Hä? Ich habe es nicht gelesen. Fuck. Was stand da? Was habe ich gemacht? Nein. Wir hätten sie noch so schön zerteilen können da unten. Ach, ich muss immer einen Schluck trinken. Hm. Also ich fand, das lief gar nicht so schlecht. Wir haben zwar natürlich Verluste. Aber ich finde, es hätte alles schlimmer sein können. So. Ich glaube, ich brauche ja gar nicht vorlesen. Wir machen erst mal nächste Runde. Ich würde sagen, wir machen hier erst mal einen Break. Und ich fülle mein Trinken auf. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Mit Chica Mauga. Oder Mauga. Maugu. Keine Ahnung. Haut zu. Abonnieren. Liken. Kommentieren. Nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.